Ah, seht ihr, diese mächtige Knarre hier. Ah, der Granatwerfer, den haben wir in der letzten Folge bekommen. Aber Hutsch ist Moskowatte gestohlen, müssen den Marderhund finden, was eigentlich ein Waschpaar ist, aber gut. Damit hallo und herzlich willkommen in der Wagenfolge von Schattenkrieger 3, weil ich zu blöd bin, das Englisch auszusprechen. Okay, man sieht, diese Waffe, die ist von Ziller, da sieht man noch das Zeichen da an der Seite. Wahrscheinlich ist jede Waffe von Ziller, weil er war ja, das sind und so. Seht schon geil aus, die Dinger hier. So, geht's mal weiter. Was ist los, es ist ein Waschbär und kein Marderhund. Boah, sonst haben sie davon ja abwarten. Boah, sonst haben sie. Schöne, alle Feinde. Ach, dein Zorn. Ja, deine Dämonen sind meine Zorn spüren. Ja. Ich wollte leben. Leben. Ah, leben. Jetzt kommt der Donner. Was meinst du? Hier ist es. Das bräuchte ich langsamer noch ein bisschen Leben hier. Leben. Aber die Schulfi, die Langsamer wird auch mal nehmen. Die Demons! Motoko takes no prisoners! Oh, verdammt! Oh, ich bin wieder mit dem Rettung, ich weiß nicht mehr. Oh! Ich kann ja hier oben laufen, ah! Oh, ich bin der Turm! Oh, ich bin der Turm! Motoko, nicht der Turm! Motoko! Komm doch her. Oh, das ist doch deutsch. Let's go! We need to separate the uncertain elements. Like your chaotic idiosyncrasies. Ich muss den mitnehmen hier. Der Rückzieher dahinter war nicht schlechter als hier. Daraus gibt es schon einmal versteckt. Vielleicht noch irgendwelche Auflader googeln, dass ich mich verpassen kann. Das sieht nicht so aus. Weg, weg! Weg, weg! Ah, was sind sie denn? Den Boonen. Okay, relax, Wayne. Du hast den Masken zurück und du hast den verdammten Drogen aus dem Skye. Das ist, was Zilla besagt, oder? Natürlich, wenn er immer den selben mörderischen, trecheren Bastard war, dann bin ich total verabschiedet. Upgrade. Was kann ich jetzt upgraden? Jetzt habe ich einen Punkt. Na gut, muss ich noch mal sparen. Wie gesagt, wenn ich den Fein da schieße, oder wenn ich das mal vielleicht... Wie gesagt, wenn ich das mal wieder an Lebenspunkte habe. Ne, ich warte auf das hier, dass ich hier das habe und dann auch das verbessern. Hier würde ich dann sogar auf die vier Punkte noch warten, dass ich dann das letzte verbessern kann. Das Schwert an Ultimotive ist. Das ist der größte Whack-A-Moe ever. Was haben wir denn hier? Muguru-Zwillinge. Die Muguru-Zwillinge sind so übergeschnuppert, wie man nur sein kann. Sie sind nützlich, wenn man eine riesige Weinflasche öffnen oder ein Feld flügen will. Aber ansonsten sind sie die Biesamratten der Jukai-Welt und sollten daher ausgerottet werden. Na, das ist ein Maulwurf. Mal gucken, was ich dann bekomme, wenn ich die kaputt mache, die Dinger hier. Ah. Motokos Donnerkuppel. Motokos Versteck. Hier hält die Hexe hoch und verhext alle, die ihren Hexenritualen heimlich belauschen. Darf ich erwähnen, dass es eine Hexenhütte ist? Sie ist über einen mächtigen Schießstrom erbaut, der die Hütte der Hexe mit Energie versorgt. Was die Frage aufwirft, wenn zwei Hexen mit Hütten zwei Hütten hätten, dann wäscher Hexenhüt. Hütten. Dann wäscher Hütter. Da kommt Tror herflöte Dinger. Da kommt Tror herflöte Dinger. Neuerung schafft, da hat er immer Kopfschmerzen. Sehr smart. Da effect intellectual בת! Da spielt die richtig. Da Optik. Deisst wurde. Dein Ball! Wگen die Valkie. phases rede Deきます. Das war's. Das war's." Oh, Gottes Willen. Ah. In your ugly face. I love it. Missed. Bin gleich tot. Ah. Wenige Manitionen. Ich lasse mir da auch neue Manitionen holen wahrscheinlich. Keine. Ah, der wollte ich eigentlich haben. Oh, da konnte ich den einfrieren, das war nicht schlecht. Oh Gott, das ist halt noch ein Lebenspunkt. Oh Gott. 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 It's too late now, Lo Wang. Even the slightest disturbance will break the spell. Spoiling whatever chance we have to take that dragon down. You knew this could happen. Has this always been your plan? If you want to be a hero, Lo Wang, you need to make sacrifices. Fuck you. I'm not gonna let you kill my friend. Lo Wang, wait! Damn it, Wang! You've doomed us all! I know those sweaty hands. It's Lo Wang! Not now, Bro. Was that Zilla? What the hell did they do to me? What did they want? Long story short, the world's about to be obliterated by our old dragon friend. And they thought you could stop it. Hey, it's bigger than I remember. That's what he said. Oh, oh! I don't think that... And here's the unzerstörbare dam. Wie sich herausstellte, ist der so unzerstörbar, wie die Titanic unsenkbar war. Zählte sich dabei um einen von Ziller dubiosen Bauprojekten. Er hat also wahrscheinlich in allen Ecken und Enden gespart. Kein Wunder, dass es dem Draug nicht schwer fiel, den Damm zu zerstören. Sollte genug Schienergie erzeugen, um alle umliegenden Dörfer mit Strom zu versorgen. Jetzt ist er nur noch ein riesiger Haufen blöder Trümmer. Ja, Simerhoji lebt also wieder, mehr oder weniger. Ah, hier das Penetrator. Ein Bohrer, der den Gegner bei Kontakt ins Taumeln bringt und ihm so langer Schaden zufügt, ist, dass der Tote scheidet, weil er die rechte Maßhäuse gedrückt, um mit einem kontinuierlichen Bohrer Wirbelangriff anzugreifen. Finde ich nicht schlecht, aber ich kann es erst mal finden, ist eigentlich so die Welt. Ich finde immer noch, die Disco-Konate eigentlich am besten in den Hirnsoft, als ich meine Lebenspunkte habe. Die anderen Sachen finde ich okay, aber ich weiß nicht. Ich versuche es nicht unbedingt. Oh, ich konnte nicht mehr hoch jetzt. Brauche ich ja nicht, aber trotzdem gut zu wissen. Ich nehme die Musik an, was haben wir denn? Suchender Schockerer. Der suchende Schockerer ist ein schwebender Dämon mit einer schlechten Grundstimmung. Denn er hat keine Füße und kann niemals landen, oh, lässt sich aber sehr gut in die Luft jagen, also viel Spaß dabei, ihn vom Himmel zu schießen. Augenbutt. Ich sehe dich. Augenbutt. Augen Rimther Augenbutt. 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 Oh Gott! Oh Gott, was denn jetzt? Wang, komm zurück hier, bitte! Lass uns darüber reden! Ich lasse dich nicht töten, Hoji! Du hast mich schon einmal einmal lieb. Warum sollte es dieses Mal anders sein? Schau ihn aus! Schau ihn aus! Schau ihn aus! Da! Das Auf-Button dauerte sehr lange. Das ist doch das Essen. Das ist die Lautsprecher, wenn einer anruft. Das ist immer genau, wenn dich jemand anruft. Kurz bevor da nämlich dann der Anruf kommt. Bei den alten Lautsprecher, bei den alten Handys. Das ist immer diese... Wie sie eine Rückkopplung gehabt unter dem Lautsprecher. Wo ich die dann nicht hatte. Das ist immer gewusst. Ah, gleich kommt ein Anruf. Das war nicht schlecht, dass ich diese Statue da hin. Ah ja. Ja, klär mit dem Dummy soll ich denn das machen? Soll ich ihn jetzt eigentlich hin? Ach ja. Ja! Und gut. Ich guck ihn doch gerade noch bis die Gegend an hier. Oh, da springen ja Fische hoch. So. Ah ne, nette Details eigentlich. Fische Menschen nach hochspringen. Schnappen wahrscheinlich nicht hier fliegen oder so. Ah, die haben die Hase getötet. Keine Angst. Die Welt ist sicher. Die Welt ist sicher. Zack, das ist ja wie ein Nahkampf. Wie ist ein Fernkampfangriff theoretisch? Das müssen wir erleben wollen. Wie schlägt der Bastard aus? So, eins aber. Das ist ja wie schlägt der Bastard aus. Das ist ja wie schlägt der Bastard aus. Die Welt ist sicher. Das ist ja wie schlägt der Bastard aus. Das ist ja wie schlägt. Alles klar, macht's gut, bis dann und tschüss.